Milliarden Rentnerabzocke gestoppt. Bundesregierung will Missbrauch durch Energieversorger bei Strom- und Gaspreisbremse verhindern. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Unglaubliches, was sich seitdem bekannt werden der Strom- und Gaspreisbremse so abspielt. Zum 01.01.2023 gibt es durch rund 630 Stromversorger und gut 400 Gasversorger zum Teil exorbitante Preiserhöhungen. Laut dem Vergleichsportal Scheck24 werden Gaspreise um durchschnittlich 56% und Strompreise um durchschnittlich 60% erhöht. Keiner ahnte Schlimmes, als die Bundesregierung die Strom- und Gaspreisbremse verkündete. In einem von uns veröffentlichten Video haben wir aber schon mal vorsorglich auf befürchtete Mitnahmeeffekte durch Stromanbieter hingewiesen. Und genau so sieht es auch möglicherweise die Bundesregierung. Diese will den Preiserhöhungen der Strom- und Gaspreisanbieter zuvorkommen. Diese müssen nämlich im Zusammenhang mit den Gesetzesvorschriften der Strom- und Gaspreisbremse dezidiert nachweisen, dass ihre Preiserhöhungen tatsächlich auf die erhöhten Marktpreise zurückzuführen sind. Die Gelddruckmaschinen für die Energieversorger waren sozusagen schon im leichten Kalt- und Warmstart. Jetzt sieht es aber so aus, dass die Bundesregierung einer möglichen Milliardenabzocke durch Strom- und Gasanbieter zuvorkommen will. Denn es gibt ja nichts Wunderschöneres, als vom Staat über den Strom- und Gaspreisdeckel liegende Kosten erstattet zu bekommen. Wir reden hier von einem Erstattungsvolumen von rund 40 Milliarden Euro. Nach Angaben der Bild-Zeitung sind hunderte bereits beschlossene Erhöhungen wohl illegal. Die Chefin des Bundes der Energieverbraucher, Frau Holling, teilte mit, dass die Verbraucher die Zahlung der Erhöhungen zurückhalten sollten. Sie rät gegen die geplanten Erhöhungen, unverzüglich Widerspruch einzulegen. Im Grundsatz will die Bundesregierung im Gesetzgebungsverfahren sicherstellen, dass die Versorger im Streitfall dem Bundeskartellamt beweisen müssen, dass die Börsenpreise die Erhöhung oder ihre Erhöhungen tatsächlich rechtfertigen. Betroffen sind rund 10 Millionen Haushalte in Deutschland von den Gas- und Strompreiserhöhungen. Wir raten, gegen die Erhöhungsschreiben ihrer Gas- und Strompreisanbieter Widerspruch einzulegen und sich Rat und Hilfe von Verbraucherschutzstellen zu suchen. Der Bund der Energieverbraucher hat auf seiner Internetseite ein Widerspruchsschreiben bei Strompreiserhöhungen als Download mit Stand vom 28. November 2022 zur Verfügung gestellt. Wir sagen, wenn schon die Bundesregierung die Notwendigkeit des Handelns sieht und sich gegen Marktmissbrauch schützen will, dann sollten Sie es auch tun. Bitte prüfen Sie genau, ob die Strompreiserhöhungen, die Sie erhalten haben, die Schreiben korrekt sind und suchen Sie sich gegebenenfalls Rat und Hilfe von Verbraucherverbänden oder spezialisierten Rechtsanwälten. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Vielen Dank.